Berlin-Brandenburg ist spannend, weil es eine Region ist, wo die Netzwerke gut funktionieren, wo Talente sind, wo Talente sich gerne aufhalten, wo Talente gerne leben und wo sehr viel an Innovation durch Hochschulen, durch wissenschaftliche Einrichtungen stattfindet. Und das ergibt ein positives Reizklima, in dem die Unternehmen sich wohlfühlen und wo sie Neues entwickeln können. Berlin-Brandenburg als Region ist für uns sehr spannend und findet sehr viele junge Menschen, die innovativ sind und neue Ideen umsetzen wollen. Mit Hilfe unserer Drohnen der Labfly wollen wir den Verkehr in Städten minimieren, wodurch sich insgesamt die Lebenssituation in den Städten verbessert. Der Standort Berlin ist so attraktive Führungunternehmen, weil zum einen die potenzielle Mitarbeiterdichte sehr hoch ist. Gerade dieser Innovationsbereich in Berlin ist sehr, sehr groß. Und es gibt natürlich auch von Berlin-Partnern und von anderen Innovations- und Standortförderungen immer wieder sehr, sehr gute Programme, Netzwerkveranstaltungen, die wir auch regelmäßig nutzen. Berlin und Brandenburg ist der Hotspot für Fachkräfte. Nicht nur für Deutschland, sondern für europaweit. Wir sind eine offene Gesellschaft. Man kann mit Englisch weiterkommen. Wir haben ein kulturelles, wahnsinnig tolles Angebot. Und was wir natürlich haben, super Freizeitmöglichkeiten und tolle Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich glaube, ein großer Vorteil, den wir in Berlin nach wie vor haben, ist, dass man sehr gut an Talente rankommt. Das heißt, sie haben junge Leute, die innovativ sind, die neue Sachen machen wollen, die was verändern wollen. Und Berlin ist bereit, sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen, Wandel zu vollgehen, nicht alles so zu machen, wie es schon immer war, sondern wirklich die neuen Wege zu gehen, damit die Zukunft besser gestaltet wird.